Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Knall und heute werden wir uns gemeinsam die neuen Custom Command 2022 angucken, denn da hat sich viel geändert. Ich würde sagen, wir gehen los mit dem Video. So, wir sind jetzt hier auf einer neuen Karte mit einem neuen Update, was auch einen neuen Game Mode beinhaltet, aber dazu kommen wir dann später im Mittwoch-Video zu Bad Wars. Aber wir werden euch natürlich jetzt die neuen Custom Command zeigen, wie gesagt, ihr kennt ja aus der letzten Folge, wenn ihr es mal geguckt habt, ich verlinke es mal oben hier kurz, dass ihr da noch diese Slash, ähm, was weiß ich, Generator dann halt eingehen musstet. So, das Ding ist, das Leute, gibt es nicht mehr. Nämlich, wir haben jetzt hier oben ein Host Panel und dieses Host Panel ermöglicht uns mega viele Sachen, nicht alle Sachen, aber mega viele Sachen, die wir machen können. Und ich werde euch dann kurz ein kleines Tutorial geben dazu, wie ihr was einschränken könnt und ich werde noch dadurch zu zeigen, welche Geheim Items ihr mit diesen Commands euch zeigen oder geben könnt und was uns in der Zukunft eventuell noch erwarten wird im zukünftigen Bad Wars Update. Okay, deswegen werden wir anfangen einfach mal mit dem ersten, das ist das Host Panel in General. General ist die Server Settings, das heißt, wir können hier zum Beispiel Log Server, das heißt, wenn Leute nochmal nachjoinen sollten, können wir einfach schließen den Server, das heißt, keiner kann mehr nachjoinen. So, Max Player Size ist 1000, das heißt, bis jetzt können, warum das immer funktionieren sollte, bis zu 1000 Spieler, wenn wir das irgendwann schaffen sollten, irgendwann in der Zukunft hier reinjoinen, das heißt, 1000 Spieler als er, als Fans oder als ihr könnt dann hier reinjoinen. Wie gesagt, einfach mal kurz hier draufgeben, dann können wir zum Beispiel eingeben, nur 10, dann steht der Server Set Max to 10, das heißt, nur 10 Leute können hier reinjoinen oder wenn ich zum Beispiel mal hier das hier draufdrücke, dann wird das hier auch enabled, also ganz einfach für Idioten sicher gemacht, auf jeden Fall. Dann haben wir Deathmatch Time, wie gesagt, dass wir damals eintippen mussten in Commands, gibt es hier auch nochmal in, ja, Zahlen, ist wesentlich geiler, das heißt, wenn ihr jetzt als Beispiel in der Runde, ihr seid gerade in der Runde hier drin und ihr habt schon diese Deathmatch Time am Laufen und die wollt ihr nochmal ändern zu, was weiß ich, 10 Minuten. Ihr müsst bedenken, wenn ihr jetzt als Beispiel hier eingibt, 600, das wären dann halt ungefähr, ich meine, 10 Minuten, glaube ich, wenn ihr das jetzt eingibt, dann werden nochmal 600 Sekunden draufgerechnet, das heißt, der Timer, wird es bis 600 plus Sekunden laufen, dann müsst ihr darauf bedenken, dass das hier draufgezählt und nicht abgerechnet wird oder so, oder halt komplett bis zu dem Limit. Dann haben wir noch Team O-Flow, ist ganz einfach zu erklären, wenn ihr Leute habt, zum Beispiel, ich habe mich immer gewundert, warum kann man eigentlich in Bad Wars so viele Leute in einem Team haben, das kann man jetzt mit diesem Command disable, das heißt, wenn ihr das on macht, können zum Beispiel in vier Teams auch nur vier Leute rein. Team Switching, das ist nur eine Sache für sich selber, Team Switching heißt, dass keiner das Team switchen kann, ist ein bisschen weird, weil da komme ich gleich zu nochmal bei den Players, weil, wie gesagt, man kann nachher keine Teams switchen, wenn man halt aber versucht, Leute in Teams zu move, dann wird das auch so gesehen disabled. Finde ich ein bisschen unnötiges Feature eigentlich, weil es halt keinen Sinn ergibt, aber egal, komme ich gleich nochmal drauf ein bei den Players. Hide all name tags, das ist ganz lustig, weil wir sind zum Beispiel hier bei Jojo Tag, einen Zuschauer von mir, da sehen wir gerade den name tag und wir sehen, hat das auch noch ein bisschen geändert, sieht auf jeden Fall besser aus. Und wenn ich zum Beispiel eingebe hier hide all name tag an, dann sehen wir Notification, wurde hier draufgeballert und wir sehen, er hat nur noch einen Punkt, ich weiß nicht, wie das Sinn ergibt, dass das alles dann hide name tags, aber dann der Punkt noch existiert, aber so kann man zum Beispiel hide and seek spielen, das heißt, Jojo, wenn du dich einmal kurz hier um die Ecke stellst, dann müsste ich eigentlich, ja, also wir sehen auf jeden Fall, er hat auch, okay, man sieht seinen Punkt immer noch keinen Plan, wie das Sinn ergibt, ist vielleicht noch ein Bug, vermute ich mal, aber wir sehen auf jeden Fall, sein name tag ist so gesehen insgesamt weg, wenn ich jetzt kurz mal den name tag wieder hier auf, dann sehen wir hier hinter der Wand sein name tag, das heißt, es funktioniert so semi geil. Dann haben wir noch hier Item Stake Limit, Accept Remove Balloons Limit, ich schätze mal, wie das heißt und wie das funktionieren soll, ist ganz einfach, wenn wir zum Beispiel, was haben wir noch, ein Stake Limit, wir haben ein Stake Limit auf jeden Fall auf Balloons, hier, die hier, wir haben ein Stake Limit, das heißt, wenn wir jetzt davon mehr haben, dann können wir uns dann, wie gesagt, das Stake Limit dann, wie gesagt, erhöhen, das heißt, wir haben keine Probleme mehr als vier von den Tesla Coils zu spawnen, das heißt, wir haben jetzt hier fünf, ihr wisst ja, vier ist das maximal Limit, ich habe im Update Voto auf zwei beschränkt, so jetzt, das heißt, wir sehen hier, okay, wir haben doch noch übrigens Stake Limit, also, das Stake Limit, ich weiß nicht, wie das genau funktionieren soll, aber man soll angeblich mehr Balloons und sowas nicht geben können, ist, wie gesagt, auch noch ein bisschen buggy, aber wir drücken jetzt mal ein Auge zu. So, dann haben wir noch was ganz Interessantes, das ist PwP Off und Bed Breaking, ich mache mal kurz beides rein, ähm, die sehen, das ist PwP Disabled Bed Breaking Disabled, das heißt, wenn ich versuche jetzt hier, Jojo Tech zu knüppeln, wir sehen, wir können uns gegenseitig nicht knüppeln, wir können uns gegenseitig nichts machen, wir haben zum Beispiel Jojo Tech aufgesucht, um ein Bett mal abzubauen, dann werden wir sehen, er kann auch nicht irgendwie auf das Bett klicken, es sieht aus, als würde nur nebenstehen, aber er kann wirklich nicht aufs Bett klicken, gleich könnte ich auch noch drüber ihn machen, deswegen, ja, das geht, wie gesagt, nicht, auch cooles Feature, auf jeden Fall auch geil, wenn man halt versucht, man macht es zu managen, zum Beispiel im Livestream, da kann man das auf jeden Fall nutzvoll nutzen, um sich nicht zu knüppeln. So, machen wir kurz wieder an, dann sehen wir, ich kann ihn wieder knüppeln und er kann mein Bett abbauen, aber das müssen wir jetzt nicht zeigen, weil das man sich ja von selbst. So, dann haben wir General erstmal durch, wie gesagt, ist ein bisschen viel, aber wenn man sich ein bisschen auseinandersetzt, dann versteht man das. So, dann kommen wir zum nächsten Punkt und das ist Players und Players ist richtig geil, weil wir sehen hier schon, wir haben Optionen, das bugt, by the way, bei vielen Leuten ein bisschen sehr hart, deswegen, ihr müsst ein bisschen dem Programm oder dem Panel ein bisschen Zeit geben, am besten mal schließen und dann wieder öffnen, aber wir sehen zum Beispiel, wir haben jetzt hier Faro im Blau, Jojo in Red und ich kann zum Beispiel Freundes machen, ich kann zum Beispiel sagen, okay, Jojo, ich habe keinen Bock auf dich, warum auch immer, du gehst jetzt mal zu mir, das heißt, Jojo ist jetzt im blauen Team, wie gesagt, ich kann ihn nicht knüppeln, wir sehen, er ist, äh, ja, freundlich, so. Ich kann euch sagen, Jojo, ich habe also keinen Bock auf dich, du nährst die Leute nur noch, geh mal in Spectator wieder zurück, dann ist er jetzt in der Map, Spectator, ich kann ihn auch nicht töten, das heißt, er kann im Endeffekt Spetaten, ähm, auf der Map und, ähm, zugucken, aber er kann halt nicht diese Freecam-Ansatzweise nutzen, weil er ja im Match schon drin war. Oder, wie gesagt, ich kann sagen, okay, Jojo, tut mir leid, ich nehme mich wieder zurück, komm zurück zu mir, jetzt kannst du wieder mitmachen. Oder, ob ich auch mal ein Kann, das kann man kurz bei mir zeigen, ich kann mir tausend Leben geben oder mehr, wir haben es getestet, man kann unendlich Leben so gesehen geben, das heißt, Jojo knüppelt mich auch mal kurz bis zu Tode, ihr seht, er braucht auf jeden Fall Ewigkeiten, nichts zu knüppeln, ohne Rüstung, ohne Upgrades, ohne irgendwas, das heißt, das ist auch mega geil, da machen wir auf jeden Fall, jetzt sind wir schon am Plan, ein neues, cooles, alle gegen Far aus in der Boss-Version zu machen, mal gucken. Und dann haben wir noch den Blacklist-Knopf, das ist eigentlich nur wie ein Kick-Command, also ihr kennt ja den Command noch Slash-Kick und da muss man genau den Namen raussuchen, das ist nicht mehr so, denn das kann man jetzt einfach hier drüber machen, einfach Klick drauf drücken und dann ist er weg. Wäre ein bisschen geil, wenn es noch eine Vorwarnung geben würde, weil ich habe beim Testen ausgesehen, paar Leute, ja, wie du schon sagst, ausgesehen gekickt und dann nochmal hier Player-Suche, wie gesagt, geht mit Ad oder Tag-Name. Dann kommen wir zu den Items, ja, ist ganz einfach eigentlich, ich kann mal kurz zeigen, wie ich mal kurz hier zu meinem Borner hingehe, wir haben zum Beispiel ganz einfach Wolle. Wir kennen hier, wir können Wolle kaufen, dann gehen wir mal hier rein in die Items-Section, dann suchen wir mal nach, wo ist hier Wolle, Stone, oder wir nehmen Stone, irgendwas, das sind wir gerade hier, Stonebricks, so. Stonebricks wurden Blacklisted, also ich kann euch vorstellen, es ist nun mal wie die Blacklisted-Sache wie damals, nur wesentlich einfach gemacht, man weiß jetzt auch genau, welcher Stein das ist, wie er heißt, das heißt, wir sehen hier, ich drücke hier gerade drauf, ich kann hier den nicht kaufen, er blockt mir komplett ab, aber wenn ich zum Beispiel hier Holz kaufe, das kann ich kaufen und auch platzieren, wie gesagt, ist kein Problem, das heißt, das kann man ganz einfach jetzt hier auf ganz entspannt disablen. Ich würde mir hier noch eine Suchfunktion wünschen, weil das manchmal schon, auch wenn es Alphabisch geordnet ist, eine Krampfheit ist, diese Sachen zu finden, aber ich finde es auf jeden Fall geil, dass man jetzt das disablen kann, oder wenn man ganz krass ist, einfach alles disablen, ganz genau. So, das gleiche zählt auch mit den Kids, keine große Sache, muss ich jetzt glaube ich nicht groß besprechen, einmal Kids, alle disablen, und dann sind sie alle disablen, macht auch Sinn, das sieht man da, Kids, all disablen, äh, Command, den wir damals hatten. Dann haben wir noch Generator, und da war ich, bis ich rauskam, richtig erfreut von, weil Generator was ganz cooles ist, ähm, wir können, wie gesagt, einmal in der ganzen Map, weil wir ja doofen uns nur Team-mäßig irgendwie machen könnten, können wir einmal hier die Generatoren an- und ausmachen, und wir gehen mal kurz zu den Generatoren hin, wir sind auf jeden Fall hier, der tickt, wie gesagt, in Sekunden runter, und dann können wir uns hier annehmen, so, wir warten mal kurz, und es sind immer, ja, 20 Sekunden, okay. Okay, sagen wir jetzt mal, als Beispiel Generator bei Diamanten, ähm, 10, dann wird es heißen, er wird auf 100 springen, wir müssen das halt irgendwie, jetzt mal mal rechnen oder so, das heißt, umso höher, umso länger, das heißt, obwohl es sind sogar 200 eigentlich, also, ihr müsst da ein bisschen mal rum experimentieren, also, auf jeden Fall, 100 ist circa 200, und, ähm, deswegen, ihr müsst, wenn ihr das alles sofort durchrasen lassen wollt, auf, ja, Error-mäßig, dann macht ihr einfach so eine ganz große Spamzahl rein, und dann seht ihr, er ist auf minus, also, er errot, so gesehen, und dann ist er hier schon auf, ähm, ja, ein Error-Modus, das heißt, er spawnt die ganze Zeit, das gleicht natürlich auch mit Emeralds, und, ähm, wie gesagt, ähm, ihr seht schon, hier bugt es gerade wieder heftig wieder rum, dann müsst ihr einfach mal so klicken und wieder hier reinklicken und dann ganz langsam da draufklicken, und wie gesagt, ähm, das, die gerade, äh, resetet sich irgendwie zurück, ist anscheinend ein Bug oder so, aber, naja, und, was auch noch cool ist, wie gesagt, es wird noch besser, Leute, wir steigern uns immer mehr, das heißt, wir bleiben einfach dran, und ich zeig mal kurz was, so, hier ist es ganz cool, nämlich, ich kann von den Teams, die wir haben, Generator gezielt umstellen, das heißt, als Beispiel, wir sind blau, das heißt, wir sind blau und sagen, blau soll nur alle 100 Sekunden hier was bekommen, das heißt, wir warten jetzt, wie gesagt, 100 Sekunden, oder wenn es halt genauso funktioniert wie bei den anderen, dann, ja, braucht man halt ein bisschen länger halt dafür, ne, macht Sinn, so, das heißt, ich kann jetzt gezielt hier, ähm, einfach die Items auswählen von den Leuten, so, und wir sehen ja schon hier gegenüber, hier tickert es ganz normal, und wir sehen ja hier auch im Panel drin, bei Rot ist es 1, bei mir ist es 100, das heißt, ihr könnt auch jetzt mit euren Freunden oder bei meinen YouTube-Videos, wenn ich die mache, kann ich jetzt endlich gezielterweise die Sachen hier einpassen oder anpassen. Das, wie gesagt, zu den normalen Commands, die jeder kennt, und jetzt gibt es nochmal, ich weiß nicht, warum das nicht eingefügt wurde oder so, aber okay, jetzt gibt es nochmal Commands, die ihr nicht wisst oder die ihr nicht so kennt, wenn ihr sie nicht kennt, das hört sich doof an, aber es ist halt so. Nämlich die ersten neuen Commands, die dazu kommen, sind mit dem gestrigen Update, wo es dann noch den neuen Gamebook gibt, den natürlich auch noch in einem extra Video, wie das dann besprechen werde oder zeigen werde, sind die TP-Commands. TP-Commands sind ja so, sind cool, ein Fly wäre vielleicht noch ein bisschen lieber gewesen, aber okay, wir haben TP-Commands. Der folgende erste TP-Command wäre zum Beispiel, slash TP-Username oder Display, das heißt, wir gehen einfach ein Dodo. Das funktioniert natürlich nicht, deswegen, also eigentlich funktioniert es, wie gesagt, ich hätte es noch ein paar, ein oder anderen Bugs, die noch included sind. Wir können noch kurz versuchen mal, ja, also wie gesagt, an Shenke geht es momentan nicht, wie er schon gerade schreibt, das heißt, wir beachten das jetzt mal nicht, also irgendwie, es geht manchmal, es geht auch manchmal nicht. Der geht auf jeden Fall, der hat getestet TP-All. TP-All bringt wie gesagt alle Spieler, das heißt auch eure Teammates, zu euch hin. Lustigerweise, wenn ihr in der Spectator-Rolle seid und euch eine Person anguckt beim Spectaten, macht ihr so gesehen die ganze Kontrolle zu dieser Person, das heißt, die Person kann halt normal rumrennen, das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Spectator bin, ja, Jojo halt rumrennt und ich dann TP-All mache, dann werden da wie gesagt alle, außer die Spectator, zu ihm in dieser Kameraposition-Modus hin TP-T und das ist auch ganz lustig zum Trollen irgendwie ein bisschen oder halt, wenn man ihm irgendwelche Rechte geben will. Und dann noch der letzte TP-Command, es gibt noch mehr Commands, wäre TP-Bed und dann können wir eingeben, dass wir zum Beispiel ein Bett haben wollen, zum Beispiel von Blau, das heißt, wir geben ein Blue. So, natürlich ist unser Bett jetzt gerade weg, jetzt gerade explodiert, aber wir sind an unserem Bett angekommen, das heißt, wir können nur instans zu unseren Bett TPen, warum wir das auch immer machen sollten, für irgendwelche Custom-Zwecke, aber sie existieren auf jeden Fall. Das heißt, auf jeden Fall eine nice Variante, ein bisschen schnell zu travelen von A nach B und das, Leute, waren erst noch nur die TP-Commands. Es gibt weiter mit den nächsten geheimen Commands und die nächsten geheimen Commands, die sind sehr, sehr, sehr geil. Wenn ihr bei Raway wissen wollt, wie diese Commands alle gehen und auswendig abschreiben wollt, dann kommt einfach mal in den Discord-Server, da habe ich wieder einen extra Channel aufgemacht, für nur diese ganzen Commands und da sind sie alle drin, die es gibt und wir werden natürlich noch auch einzelne hinzufügen und kategorisieren, das heißt, wie gesagt, wen ihr Commands braucht, kommt einfach mal in den Discord und da könnt ihr euch die Commands dann abgreifen. So, also, wie gesagt, welche Commands sind neu dazugekommen, die wir so gesehen noch nicht kennen. Da wir als Beispiel von den Lucky Blocks Battles, der Lucky Air Drop, da müssen wir einfach geben, Lucky Air Drop, so, und dann kommt einfach eine Message und dann spawnen da schon randommäßig die Lucky Air Drops. Wenn wir das, wie gesagt, ein bisschen spammed, lassen wir mal kurz mal hier kopieren, Lucky Air Drop. Wenn wir das ein bisschen spammed, dann sehen wir, ja, es wird der Stack, oder der Text wird gestackt und es spawnen ganz viele Lucky Blocke. Das ist, also, das ist sehr geil. Das kann man, glaube ich, echt was Lustiges wieder mit rausmachen. Wie gesagt, Community Videos sind ganz viele incoming und wie gesagt, dann spawnen die hier halt in einer, muss man sagen, 30 gegen 30 Map, ne? Das ist schon krass. Das ist auf jeden Fall richtig, richtig cool, dass sie auf jeden Fall hier spawnen. Wir sehen hier schon, jetzt kann zum Beispiel so Jojo Tag einmal kurz abbauen und dann kriegt da raus ein Item. In dem Fall ist es halt sein Double. Das ist auch, wie gesagt, richtig, richtig cool. Gefällt mir auf jeden Fall mega. Dann gibt es jetzt noch den Entity Spawner. Der ist auch richtig cool. Nämlich zum Beispiel den Dodo als Beispiel. Wir können auch mehrere Entities machen. Wir gehen auch kurz alle durch. Als Beispiel wollen Dodos haben. Wir wollen ein Dodo haben. Das heißt, wir machen folgendes Slash Spawn Dodo-Entity und dann haben wir hier ein Dodo. Dann können wir diesen Dodo auch reiten und nutzen oder, ja, Jojo kann auch nutzen. Jeder kann halt nutzen. Das ist halt, wie halt so ein Dodo funktioniert, so, ne? Ihr kennt es ja schon. Aber was ist, wenn ich zum Beispiel mehrere Freunde Dodos haben will? Dann nehme ich einfach eine Zahl noch dahinter. Das wäre zum Beispiel 10 Dodos. Dann spawnen hier, ganz genau, 10 Dodos. Und es gibt noch eins, was wir nicht machen sollten, das wir übertreiben. Man kann auch zum Beispiel machen, Dodos Infinity. Das Ding ist, bei Infinite, bei Spawnern, ist es so, dass Infinite die Spawner disabled, also komplett ausstellt. Würdet ihr jetzt hier das machen, dann löst ihr einen kompletten Lake aus und euer Spiel ist nicht mehr spielbar. Das heißt, es stürzt ab. Das heißt, es ist so gesehen ein Server-Crash in einer Dodo-Variante. Und, wie gesagt, da müsst ihr aufpassen. Das heißt, übertreibt es bitte nicht. Ich habe es mal gemacht mit den neuen Tieren. Das wären die Ducks. Das heißt, wenn ihr Ducks spawnen wollt, die werden auf jeden Fall auf hier Dodo, also den Jojo-Do losgehen. Zum Beispiel Ducks. Wenn ich zum Beispiel sage, 300 oder 500 Ducks, dann schnitt das Server auch ab. Wir machen mal nur 10 Ducks. Aber wir machen nur 5. Komm, wir machen nur 5 Ducks. Dann sehen wir es schon. Die gehen jetzt alle auf ihn los. Und das sind, by the way, neue Entities. Und ich habe vergessen, dass dann die... Ja, okay, warte. Wir müssen kurz neu joinen. So, dann sind wir jetzt zurück in der Runde, weil ich vergessen habe, dass das Bett, wie gesagt, ähm, ja, schon nicht mehr existiert. So, und in der letzten Woche warten, dass er da rüberkommt, weil ich Ihnen gerade noch ein bisschen hier Eisen gegeben habe. Keine Ahnung, was zu zeigen. Nämlich, neben den Enten, die ihn gerade Insten getötet haben, die auch neu sind, gibt es auch zum Beispiel unsere geliebten Spurts. Und die Spurts, lustigerweise, lecken nicht so hart wie zum Beispiel Enten oder Dodos. Das heißt, die könnt ihr schon ein bisschen mehr spämen. Ich würde es nicht empfehlen, weil es schon einen kleinen großen Leck geben wird. Aber wir können zum Beispiel sagen, ja, wir nehmen mal, ne, so viel. Dann stacken die sich kurz. Wenn man auch da reinguckt, leckt sehr. Also es wird euch nicht empfehlen, da reinzugucken. Und wenn dann gleich hier unser geliebter Freund hier rüberkommt, dann wird er gleich erstmal, oder werden wir alle gleich einen kurzen fetten Leck spüren zu bekommen. Das sieht auch voll geil aus irgendwie. Und dann, ja, mal gucken. Ja, gehen wir näher. Komm, gehen wir näher. Ran. Gehen wir ran. Oh, er hat aber noch nicht alle mitgenommen. Ja, das ist ein bisschen Kacke leider. Aber auch, muss ich sagen, wenn wir zum Beispiel PvP ausmachen, dann würden diese Tiere oder diese Entities auch nicht mehr angreifen. Das heißt, wirklich sämtliche Sachen, die einen Menschen töten könnten, würden ihn automatisch nicht angreifen. Wimpt PvP aus. Das heißt, auch Spills, auch Enten, auch alles, was ihn töten würde, würde ihn nicht mehr angreifen. Das wollen wir kurz nochmal nebenbei sagen zu der PvP-Sache. So, jetzt muss ich auch kurz nochmal die restlichen abholen, weil ihr seht schon, das ist schon, also der Leck war sehr krass, aber es ist auf jeden Fall lustig. Und da sehen wir, wo der auch getötet. Das Einzige, was ich noch nicht rausgefunden habe, ist für den Elder Tree diese Tree Orbs. Die kann man irgendwie noch momentan nicht spawnen. Ich weiß noch nicht, wie man die spawnen kann, aber bis jetzt kann man die noch nicht kriegen. Aber wenn es, wie gesagt, dann soweit ist, dass ich es rausfinde, dann stehen die auf jeden Fall auch in dem Custom Command Channel drin. Und jetzt, Leute, das Beste natürlich immer zum Schluss. Und das Beste, was es gibt, nämlich ist das Spawnen. Und ihr denkt jetzt, bitte, was? Was ist Spawnen? Und ich zeige euch was. Zum Beispiel, wir fangen mal ganz einfach an. Spawn, dann geben wir Iron ein, weil das, wie gesagt, die Sachen, die ihr nicht so schnell findet, die Alten-Namen, die gibt es eigentlich nicht so richtig zu finden. Und wir sagen es mal 100. Dann kriege ich 100 Eisen dazu von 41 bis 100 bekommen. Aber, Leute, wenn ihr was bauen wollt mit euren Freunden gemeinsam, warum auch immer, und euch da auch auf Fetzen wollt, dann macht ihr einfach Spawn Iron INV. Und habt ihr Infinite Iron. Ihr könnt euch alles kaufen, was ihr wollt, Leute. Ist das nicht krass? Ich kann mir zum Beispiel das hier kaufen. Ich kann mir alles unendlich kaufen. Aber, wartet, ihr braucht es gar nicht kaufen, weil ich kann auch mir Blöcke auch geben. Und das ist jetzt, jetzt ist es krass, Leute. Jetzt ist es krass. Jetzt wird es heftig. Als Beispiel. Machen wir Obsidian und dann Inf. Und dann sehen wir, wir haben jetzt Infinite Option und dann können wir Spammen Wasser Zeug. Wir können bauen, was wir wollen. Wir können einfach Islands IN Battle Wars spielen, eigentlich, wenn man es so sieht. Und wir können hier einfach Dinge machen. Und das ist mega krass. Wir können hier unendlich Sachen bauen. Das ist richtig cool. Und jetzt, Leute, haltet euch fest, es wird noch cooler. Wie gesagt, man kann hier Islands spielen hier rein, logischerweise. Und das stimmt auch. Ich lüge nicht, weil, Bonn, dann gehen wir Grass IN IN. Guckt mal. Ich kann euch noch erinnern, damals, kurzfristig, gab es noch in Sky Wars gab es diese Grass, in Fett mit Rollblöcken und wir können hier einfach Gras bauen. Ich meine es so, es gäbe Dirt eigentlich. Mal kurz spawnen. Dirt IN. Genau. Da. Wir haben einfach einen Dirt Block, Leute. Wir können einfach mit Erde bauen. Wir können einfach hier neue eigenen, also eigentlich können wir damit eigene Maps erstellen, wenn ich mir so denke. Und die dann gleichzeitig noch zerstören. Weil, wenn wir zum Beispiel hier einen Spawn Fireball INF geben, dann können wir diese Sachen zerstören. Und das, Leute, ist mega geil. Und wenn es irgendwie eine Art Custom Maps in der Art speichern, dann, Leute, wäre es richtig cool, richtig geile Dinge zu machen. Aber ihr seht schon, wir können uns hier eigentlich alles geliehen. Wir können uns sogar den dümmsten Kram geben. Als Beispiel, Spawn, Glass, INF. Wir können uns Glas Blöcke einfach geben, Leute. Wir haben lustigerweise auch eine Dichte irgendwie. Wir sehen zum Beispiel hier, das hat immer so eine verschiedene Dichte. Das ist sehr interessant auf jeden Fall, dass sie in Anständen eine andere Dichte haben bei manchen Blöcken. So, zum Beispiel, kennt ihr noch von der Dome Map, diese Marble Pillar? Die kann man einfach auch hier bauen. Guckt es an, ich kann einfach hier so einen Eingang bauen und dann können wir so eine Villa einfach hier bauen. Hier ein bisschen Glas zum Beispiel davor. So, dann kommen wir uns noch kurz mal normales Marble. Spawn, Marble. Dann haben wir uns hier ganz normales Marble gegeben. Sieht vom Block irgendwie ganz komisch aus. Und dann können wir einfach hier Dinge bauen, als wäre es Islands oder Minecraft einfach. Aber Leute, jetzt kommen wir wieder, also es gibt noch viel mehr. Es gibt noch viel mehr, da kann sich wirklich alles geben. Von Lucky Blocks Sachen, oh, das muss man kurz zeigen. Von Lucky Blocks Sachen bis zu alles. aber die Blöcke müssen ich kurz mal zeigen. Spawn Lucky Unterstrich Block Inf. Ich kann es aber schon Lucky Blocks geben einfach. Ihr könnt schon fast machen, der ein oder andere YouTuber will ich mal auch ein Lucky Block Bette machen. Das wird auch richtig cool. Aber wie gesagt, das können wir auch machen. Aber jetzt Leute, jetzt kommt es was. Es gibt noch zum Beispiel Items, die es gar nicht gibt, die wir gar nicht wissen, dass sie existieren. Und die möchte ich auch immer kurz zeigen. Wie gesagt, das wird alles nochmal dann auf den Discords geben. Zum Beispiel, weil ich rausgefunden habe, es gibt warum auch immer einen Baseball Bet in Bed Wars. Der hier. Und wir gucken mal, was kann der machen? Was war das denn jetzt? Also ich muss kurz zu meiner Verteidigung sagen, ich habe hier nichts gekauft. Ich habe hier nichts gekauft und das war jetzt einfach gerade ein One-Hit-Item. Also so wie gesagt ein Admin-Item. Okay, das ist krass. Aber komm, bleib kurz stehen. Ich muss mal kurz gucken. Hast du alles aufgepumpt? Das sind mir interessiert. So, bist du bereit? Drei, zwei, eins. Oh, warte mal. Okay, okay. Okay, warte, warte, warte. Er hat auf jeden Fall mal kurz. Er hat auf jeden Fall ein bisschen weniger Kassier. Okay, aber das ist interessant. Wir gucken uns mal kurz, dieses geheime Item an. Ich gebe dir mal kurz eine Chest mit Sachen. Man kann sich auch lustigerweise eine Chest geben. Spawn, Freizeichen, Chest. Dann kann man sich eine Chest geben. Da ist sie. Die kann man auch abbauen, lustigerweise, aber nicht den Inhalt. Und ich gebe mir mal kurz hier Spawn, Emera... Ne, Diamanten braucht er, ja. Diamant, Inf... Mal gucken, ob wir auch Infinite Diamanten ihnen geben können. Ah, können wir wirklich. Okay, nur mal kurz raus. Das hat auch so Infinite Diamanten und kauf dir mal alles, was du dir schon immer kaufen wolltest. Weil das würde mich mal echt interessieren, was dieser Baseball-Bit ist eigentlich. Weil der war ja schon, der sah ja schon sehr OP aus. So, ich gebe mir noch ein paar Emeraidos, dass er sich kurz, wie gesagt, komplett full equippen kann. Und in der Zeit geben wir auch nochmal Rüstung. Man kann auch lustigerweise Rüstung geben, das ist auch sehr interessant. Zum Beispiel kann man die neueste Rüstung holen, aber wir gucken mal kurz hier, dass er sich einmal kurz hier alles aufpumpt. So, du bist jetzt vollgepumpt mit einem, was man machen kann, richtig? Okay, ich gebe dir mal voll jetzt noch eine Big Shield Potion. So, nehmen wir mal kurz die Big Shield Potion nochmal hier. Ich gebe auch mal kurz nochmal und ich gebe noch einen Dodo. So, jetzt hat er jetzt hier das Maximum, was geht. Er hat Rüstung, er hat volles Equipment, er ist komplett overpowering. Jetzt gucken wir mal kurz, was dieser Baseball-Bit kann. Ich versuche mal in die Richtung zu schleudern. Oh, okay. 10 Damage auf full. Aber das ist ja schon trotzdem krass. Oh, er laggt aber gerade irgendwie ein bisschen. Mal nochmal gucken. Achtung, du kannst vielleicht vielleicht fliegen. Alter, okay. Das ist ja das OP, ja, Baguette oder Fischteil. Also anscheinend ein sehr, ja, krasses Item anscheinend. Weil wir haben ja gesehen, gerade eben war das Teil ja wirklich One-Hit weg irgendwie. Zack, einmal nochmal. Man kann aber anscheinend einen Kult dann hier drauf, so wie es aussieht. Auf diesem Bett, also das ist nicht Spammerei. Also auf jeden Fall ohne Rüstung kriegt er 100 Schaden irgendwie. Und wenn man nochmal hier kurz kassiert, dann müsste er jetzt eigentlich gleich weg sein von der Bildfläche, genau. Also anscheinend bekommen wir in der Zukunft für Lucky Blocks einen richtig krasses neues Item, einen Baseball-Bit, der auf jeden Fall Leute One-Hit normalerweise wegklappen kann. Dann kann ich mal kurz mal kurz hier, komm mal kurz her und mach mal kurz bei mir. Nehme ich mal kurz, bin da ganz normal. Einmal kurz gucken, zeigen. Wie gesagt, ich bin einfach One-Hit weg. Also das ist auf jeden Fall ein richtig krasses Item, wenn es so bleiben wird. Da bin ich auf jeden Fall schon mal richtig gespannt. Aber Leute, dann haben wir noch ein Item, das wir eventuell in jedem Game-Mode hier in Bad Wars finden werden oder kriegen werden. Und das zum Beispiel ist der Cauldron. Ihr kennt sicher nicht noch aus Islands, diese Cauldrons, die wir bei den Helorien geöffnet haben. Ja, davon rede ich. Nämlich habt ihr euch immer schon gefragt auf der Map-Construction, seitdem es diesen, kleinen tollen Tisch, den wir bei der Way auch noch holen können, aber der nicht funktioniert. Dass da immer noch eine zweite Insel war. Ich kann auch kurz ein Bild einblenden. Das ist für ein zukünftiges Update, weil, könnt ihr euch auch noch erinnern, wo die Potions rausgenommen wurden. Ganz genau. Und hier kommt der neue Cauldron zum Einsatz. Spawn Cauldron, dann spawnen wir einen dicken Block. Und hier steht schon Cauldron, Repair 8 Diamonds und dann haben wir oben hier so ein Diamantzeichen. Und wenn wir den mal kurz hier reparieren, dann haben wir jetzt repariert und wir sehen das kurz wie wir aufmachen, wir können uns hier Jump Potion und Invisible Potion kaufen. Für jede drei Dimens und wenn wir die mal kurz hier dann reinnehmen, sind wir hier. Wir haben jetzt hier für 44 Sekunden Jump Power. Das ist auf jeden Fall richtig krass, weil ich habe echt nicht gedacht, dass die Potions wieder zurückkommen werden, aber sie werden anscheinend in dieser Form zurückkommen über einen Code und das finde ich sehr, 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 sehr geil. Weil man kann wie gesagt auch die Invisible Potion kaufen. Ich weiß nicht, ob es dann nur diese Potions, die erstmal drin sind zum Testen, ob die Invisible Potion auch drin bleibt, solange wie sie ist, aber auf jeden Fall können wir auch jetzt auch gleich uns Invisible machen. Das eine, dass man noch merkt, muss man gleich achten, hier oben sehen wir ja, wir sehen ja, wir sind jetzt gleich nicht mehr Jump Power mäßig zufängig. So, jetzt ist die Jump Power weg und wenn ich jetzt hier die Invisible nehme, dann sehen wir, das ist auch nicht da, das ist wirklich da, aber wir sind Invisible und wie gesagt, das ist richtig krass und ich finde, das ist mega krass, weil dieses Item ist anscheinend noch so tief in der Mache, dass es eigentlich gar nicht im Spiel da sein soll und Leute, ihr könnt mir sagen, aber angeblich soll es das Teil in Lucky Blocks geben, ich habe es meiner Meinung nach noch nie gesehen, aber hier ist es, die Banana Peel und die Banana Peel ist auch richtig lustig, weil wenn man die, kann man die bei rüber schmeißen und wenn man die schmeißt, also da auf diesen Block da, zack, okay, jetzt bin ich da rüber geflogen und jetzt als Beispiel Joe Check dahin geht, dann rutscht er einfach aus und nicht nur er rutscht aus, sondern alle rutschen drauf aus und das ist auf jeden Fall auch ein cooles Einheit, das hat auch nur ein bisschen eine größere Hitbox anscheinend und wir sehen schon, es ist richtig lustig mit der Banana Peel hier irgendwas zu machen, das ist so ein bisschen wie Mario Kart auf eine Art, nur ein Bad Wars und laut Beef soll es hier angeblich auch ein Bad Wars geben, also in Lucky Blocks, aber ich habe die noch nie so richtig gesehen, deswegen habe ich es manchmal reingenommen, weil ich sie gesagt noch nie gesehen habe, also wie gesagt, hier könnt ihr, wenn ihr die Itemnamen wisst, richtig richtig coole neue Items finden oder Items, die noch gar nicht hier im Spiel eigentlich existieren sollten, wie der Cold Dawn zum Beispiel. Das einzige Problem zum Cold Dawn zum Beispiel, können wir nicht abbauen, war im Gegensatz zum Beispiel zum Enchantment Table, den wir uns auch noch geben können, lustigerweise, der heißt dann Broken Enchantment Table, den können wir auch wie Kisten zum Beispiel auch uns selbst geben, aber wir sehen, wir können nicht upgraden, weil wir schon einen besitzen und der als unser Team zieht und nicht das als fremder Team ist, aber für den Flags können wir den einfach mitnehmen und abbauen und dann können wir den einfach hier gegen die Wand knallen, also einfach nur so halt, ne? Und dann noch zum Schluss zeige ich noch kurz einmal, wie man sich, aua, kurz Rüstung geben kann, nur kleine Warnung, wenn ihr mit der Rüstung stirbt, habt ihr sie wieder verloren, weil ihr so den offiziell nicht anhabt und dann nehmen wir als Beispiel einfach für das Video die neue Rüstung, die man beim Limited Time Mode spielen kann, nämlich die Void Rüstung, was ihr machen müsst, ihr ja spawnen, dann schreibt ihr zum Beispiel für den Helm Void-Helmet, dann kriegt ihr diesen neuen coolen Void-Helmet, das gleiche macht ihr mit der Chestplate, da schreibt ihr rein Void-Chestplate, dann bekommt ihr eine neue Void-Chestplate und mit Slash-Void-Boots bekommt ihr auch dann den Rest der kompletten Rüstung und dann hat man eigentlich schon die ganze Void-Rüstung, kannst du mal kurz schlagen, dann kann ich kurz zeigen, wie viel die Void-Rüstung macht, du hast jetzt ein Holzschwert und bist auf Maxed Out, so, dann können wir uns zeigen, wie das, wie gesagt, im maximalen Auslass ist, gehen wir mal kurz hier ein Schwert rein, so, und jetzt nochmal kurz schlagen und wie ihr seht, ich bin nicht gelevelt, muss man sagen, ich habe nichts gelevelt und er macht mir sieben Schaden pro Hit und er ist Maxed Out, so gesehen, wenn wir jetzt nicht das Rüstung mit haben und das ist auf jeden Fall auch cool und sieht auch richtig cool aus zum Spielen, also wie gesagt, man kann mit Custom Matches jetzt riesig, wesentlich viel geilen Kram machen und ich finde das mega, mega geil, aber ich würde sagen, das war es dann auch schon mit diesem Full Guide vom 2022 Custom Commands oder Custom Match Commands, wie gesagt, alles im genauen Detail für euch, wie gesagt, aufgelistet hier und gezeigt, was man alles mit machen kann, wie gesagt, kommt einfach mal im Discord, da gibt es, wie gesagt, ein extra Channel, wo ihr diese ganzen Commands finden könnt und wenn wir welche neuen finden, dann werden die auf jeden Fall da und dort eingetragen, aber ich würde sagen, wenn das Video von da hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, wenn ihr e-mailt seid oder auch Ehrenfrauen, dann lasst mal ein Abo da, aktiviert die Glocke, das war keine Meinung von Videos von Bedwars in der Zukunft niemals verpasst und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, haut rein Leute und ciao!